So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsas der Dicke. Und ich habe ein Problem und zwar erstens bin ich schon wieder ein paar Tage nicht da, muss ein Video vorproduzieren. Zweitens ist ständig meine Box voll. Ich bin schon wieder bei 6140 von 6150. Immerzu fängst du 10 Pokémon, kannst nichts mehr antippen, musst wieder was löschen, fängst wieder 10 Pokémon, kannst nichts antippen, musst wieder was löschen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mal aufräumen. Und nicht nur irgendwas aufräumen, Sachen, die ich immer behalten habe, weil sie ja wertvoll sind, wenn es zum Beispiel 100% Pokémon sind, wo du jetzt mittlerweile aber 4, 5, 6 Exemplare von einem Pokémon hast als Hunderter, obwohl eigentlich 1 reichen würde, weil du es für den Hundo Living Decks möchtest, aber das Pokémon an sich nicht nützlich ist, deswegen du auch nicht 5, 6 Hunderter brauchst. Mal ganz kurz sortiert hier, wie man sieht, nach WP, bei mir gerade auf Platz 1, dieses Mega-Simsala, guckt euch das an, richtig brutal. Und alles hier oben ist 100%, was ihr auf dieser Seite seht, alles ist 100%. Wir wollen jetzt aber anfangen, wir geben jetzt mal ein, hier 4 Sternchen, sehen dann mal, welche 100% wir wirklich alle haben, das sind 1137, sortieren das mal nach Pokédex. Und gleichzeitig haben wir Begleitung hier von C, äh, C, ne, nicht hier C, 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 C-Trainer Club. C-Trainer Club finde ich eigentlich, macht einen netten Eindruck, wenn ich immer sehe, dass Trainer Tipps extrem heftiges Clickbait betreibt und irgendwelche heftigen Fake-Sums reinknallt aufs Titelbild, einfach nur um Klicks zu ziehen, so richtig arschig. Da läuft mir alles auf Grundeis. Da ist doch eine große Nummer, die Leute gucken ihn doch, weil sie ihn kennen, sonst was. Das ist wie Bisa-Fan-TV mittlerweile, nur auf ganz anderem Niveau. Bisa-Fan ist eine kleine Wurst, dass der das braucht, um dann gesehen zu werden, okay, dass so eine große Wurst aber immer noch so dreist ist, das finde ich schon total schlimm. Da finde ich, C-Trainer Club hingegen, wunderbar, der macht mal seinen Mund auf auf dem Bild. So wie so viele, also das ist ja dann gar nichts hingegen. Außerdem war ich auf der Suche gerade nach einem Hintergrund zu 100% IV-Pokémon irgendwie und dann wurde mir das angezeigt in den Suchkriterien, der 100% IV-Day vom Go-Fest, von seinem Vlog, ein Thumbnail, ich klaue also sein Thumbnail, um das als Hintergrundbild hier zu haben, dass ich nicht alleine bin. Das hat mich auch irgendwie total angesprochen. Ich fand das total witzig, so wie das aussieht und jetzt dazwischen klemme ich mein Bildschirm und ich möchte jetzt mal meine 100% aussortieren und etliche 100% verschicken, wegschmeißen, keine Ahnung. Wen das interessiert, der kann gerne gucken. Da sieht man auch mal in Übersicht, welche 100% Pokémon ich eigentlich habe. Eigentlich fehlt, glaube ich, ich glaube Galapafloss fehlt mir noch ein zweites, 100%iges. Ansonsten dürfte ich fast alle Familien voll haben, außer bei den Babys vielleicht. Bin ich mal gespannt, muss ich selber mal gucken. Ich habe vorhin leider schon angefangen und habe ein paar Sachen aussortiert am Anfang und nach 5 Minuten habe ich gemerkt, warte mal, das kannst du doch auch in einem Video aussortieren. Da sehen die Leute gleich deine 100er Sammlung, die nichts wert ist, aber trotzdem vielleicht interessant ist. Ich habe zum Beispiel vorhin zwei Glumanda weggeschmissen, ich habe zwei Bisa Samen weggeschmissen, habe mir gedacht, reicht doch, wenn du die Familie voll hast hier. Wenn du ein Bisa Samen, ein Bisa Knosp und ein Bisa Flor hast, was du auch gepusht hast auf Level 50, was du als Mega-Entwicklung gemacht hast, schon auf Stufe 3, Best Buddy Batch, mehr brauchst du doch nicht. Mehr muss es doch alles gar nicht haben. So, und so versuche ich eigentlich die Familien zu sammeln. Ihr seht hier Glumanda, Glutexo, Glurak, auch Mega, Stufe 3, Best Buddy Batch, Level 50, 100%. So sollen die bei mir aussehen. Hier habe ich einen, ich weiß gar nicht, was das ist, den habe ich als 100% hier, der hieß Gluthoden. Der hat Feuerodem und Feuersturm, weil der zwei Feuerattacken hat in dem Sinne. Also das eine ist Drache, aber Feuer, Feuer. Den habe ich, aber eigentlich bräuchte ich den nicht mal. Der hat auch noch nie eine Mega-Entwicklung gehabt, den müsste man mit 200 Mega-Energie neu Mega entwickeln, aber warum, wenn ich den hier habe, den erlösten auf 50, kann der eigentlich weg? Aber statt ihn zu verschicken, habe ich den jetzt mal als Trade gekennzeichnet, weil das ist ja ein relativ altes Pokémon, ein relativ altes 100er. Und vielleicht kann der irgendwann mal getauscht werden, wenn ich irgendeinen legendären als 100er suche und tausche mir eins rüber, gebe ein altes Pokémon dafür weg, dass das vielleicht noch lucky wird. Das würde funktionieren. Also den hebe ich deswegen auf. Shiggy, wir haben hier Shiggy, wir haben Shilog und wir haben hier Tordog, auch auf 50 Mega-Entwicklung. Das ist auch was, was ich gefühlt eigentlich gar nicht bräuchte. Das ist zwar ein kostümiertes Pokémon, aber ich weiß nicht. Da bräuchtest du auch eigentlich wieder drei Stück. Ihr seht, ich habe nur das und ich habe das hier, aber das ist schon Shiny. Das heißt, kostümierte Shinies habe ich ja auch aufgehoben, unabhängig von den IV. Aber brauche ich unbedingt ein 100% Shiggy mit Sonnenbrille? Wäre vielleicht auch was, was ich mal aufhebe für einen Tausch, wenn jemand sagt, ah, ich habe noch gar keinen Sonnenbrillen-Shiggy, hat vielleicht jemand eins und ich kann sagen, ich habe noch eins. Das ist ein 100er, aber das brauche ich eh nicht, weil es ein 100er ist, kann ruhig weg. Na ja, egal. Dann haben wir hier Raupi, Safgons, Medbow, da ist die Familie voll. Dann haben wir hier Honliu. Honliu kann weg, das ist auch relativ klein, das schmeißen wir fort. Können wir ja aussortieren. Die Familie ist auch voll, hier haben wir wieder natürlich eine Mega-Entwicklung auf 50, die auf Stufe 3 ist ausgeführt. Hier was Besonderes bei Taubsee. Wir haben ein 100er, 100er, 100er auf 50. Hier haben wir aber ein 100% Shiny auf Level 50. So, sollte man dann jetzt das normale wegschmeißen und das Shiny einfach nur aufheben? Oder sollte man beide aufheben? Das ist von 2019. Theoretisch könnte man das auch wegtraden, aber irgendwie traue ich mich gerade nicht davon zu lösen. Ich mache lieber mal weiter. Ich werde bestimmt noch viele andere doppelt haben, die weg können. Radfratz, normal, Alola, Entwicklung, Habitac hier. Hier Rettern haben wir dabei. Rettern können wir einmal wegwerfen. Brauchen wir nicht zweimal. Oh, Pikachu. Pikachu ist auch so ein Ding. Wir haben Pikachu hier. Hm, das ist einmal weiblich, einmal männlich. Eigentlich würde das Höchste reichen, aber... Komm, es ist Pikachu. Pikachu ist das Aushängeschild. Wir heben das mal auf. Wir haben diese blöden Kostüme eigentlich... Ich habe am Anfang darauf geachtet, Kostüme von Pikachu als 100% zu sammeln und dann irgendwie gar nicht mehr. Da war mir das komplett egal. Und ich habe nur darauf geachtet, dass ich jedes Kostüm als Shiny bekomme. Jetzt habe ich hier angefangen, dieses Zeug rumliegen. Aber, die sind auch zum Teil alt. Also, Pikachu gehe ich noch mit. Pikachu, 100% Kostüm. Lassen wir mal, sammelnd. Aber Raichu, 100% Kostüm. Da hört es bei mir dann auf. So, haben wir hier welche doppelt? Hier haben wir Partyhut, Safarihut, Dingsbums, alles hin und her. Hier haben wir zwei. Aber, das kannst du nicht tauschen. Ach, das kannst du nicht entwickeln. Also, schmeiß mal das einfach weg. Hier haben wir wieder mit dem komischen Shaman Blümchen. Hier haben wir Okinawa, 100%. Hau mal weg. Braucht man nicht als Hunderter, kannst du nicht entwickeln. Hau mal raus. Hau mal hier. Und wie ich sehe, ich habe sowieso nur ein einziges Raichu mit 100%. Auch auf Level 50. Das heißt, die anderen mit den Kostümen, die können erstmal so bleiben. Sandan haben wir hier. Das eine kann auch weg. Wir haben das andere. Sandan, mal Weiterentwicklung. Nidoran. Nidoran, Nidorina, Nido... Queen. Hm, passt. Mal die Level vergleichen. Das ist ziemlich weit hinten. Das ist das Höchste. Ich könnte theoretisch auch zwei Stück wieder wegwerfen. Die brauchen wir nicht. Das ist halt alles auch als Favorit markiert. Die sind voll. Hier können wir auch zwei wegwerfen bei Nidoran männlich. Eins, fort. Zwei, fort. Dass wir da auch nur die Familie haben. Pipi. Richtig groß und stark. Klein und komisch. Kann also weg. Pipi. Pixi. Wulpix. Wulpix. Passt. Pummel-Luf. Ey. Aber hier gemaxed. Hier das Höchste. Das heißt, alle anderen können weg. Keiner braucht so viele Pummel-Luf. Bis jetzt dürfte doch alles vollständig sein und noch nichts ausgelassen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was wegschweiß, was nicht weg darf. Zubart. 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 Golbert. X-Bart dürfte hinten auch drin hängen. Hoffe ich. Das heißt, ich schmeiß dieses eine Zubart auch weg, dass ich nur Zubart Golbert habe. Mirapla. Reihe. Voll. Paras. Reihe. Voll. Blutzug. Omot. Habe ich beide so? Habe ich aber auch beide als Krypto. Hunderter. Was macht man damit? Wenn man ein Krypto-Hunderter hat, bräuchte man ja eigentlich das ganz Normale gar nicht mehr. Es ist aber trotzdem ein deutlicher Unterschied. Ich sage mal, das ist ein Kostüm. Deswegen, ich lasse das jetzt einfach mal so drin auch. Das Normale und das Krypto. Diktar. Haben wir hier auch normal mit Haare. Normal mit Haare. Reicht so. Mauzi. Mauzi-Reihe auch voll passt. Enton-Reihe voll. Manky haben wir eins zu viel. Manky können wir einen weghauen. Fulcano. Quapsel. Quapsel haben wir hier auch. Eins, zwei, drei. Voll. Plus hier ein Hunderter. So mit einem Sticker auf dem Kopf und hier ein Sticker neben dem Auge. Das sieht, guck mal, das sieht aus wie Monte, oder? Sieht aus wie Montana Black. Ähm, ja. Abra. Abra, Kadabra. Simsala. Sechser-Team. Fand ich damals cool. Haben wir so gemacht. Macholo. Boah, was willst du mit Macholo? Macholo eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier eins davon. Das heißt, theoretisch können so viele kleine Macholo weg, die man alle nicht mehr braucht. Man muss es ja nicht übertreiben. Man könnte das Höchste aufheben. Beziehungsweise mal gucken. Vom Level her, das ist so. Ja, ach komm. Du kriegst ja vielleicht immer wieder was hinterher. Tausend, doch was. Oh mein Gott. Schmeiß mal weg, schmeiß mal weg, schmeiß mal weg. Macholo, Maschok, Chiesto. Sechs Stück. Knofenza. Wir haben Knofenza. Wir haben Ultrigaria. Wir haben, äh, Sazenia. Dazwischen. Dazwischen, wir haben hier Knofenza. 100% Krypto. Einmal, zweimal, dreimal. Das heißt, keiner braucht noch mehr Krypto-Knofenza in 100%. Die zwei können dich eigentlich wegschmeißen. Aber, für eine Statistik oder so, wenn jemand sagt, wie viele Krypto-Hunderter hast du, und man zeigt Krypto-Hunderter, man hat fünfmal Knofenza. Irgendwie ist es schon wieder lustig, wenn du fünfmal Knofenza hast, oder nicht? Knofenza lassen wir also auch mal drin. Tentara können wir aber eins wegschmeißen. Plus ein Tentoxa können wir auch wegschmeißen. Kleinstein. Boah. Hier ist wieder eine sechste Armee Geowatz am Start, plus hier ein Alola. Das heißt, Georock, lass mal zwei so da, und können schon mal zwei Alola-Kleinstein entfernen. Die haben eh schlechte IV. So, von den anderen können wir eigentlich auch drei entfernen. Das reicht nämlich eins. Rest kann alles weg. Das hat unspektakulär angefangen, aber jetzt wird hier richtig aufgeräumt. Punita, groß und stark, kann eins weg. So, Galoppa, hier Hunderter. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das ist ja krass, aber da könnte man andere Formen noch vielleicht. Also ihr seht, man kann immer noch sammeln. Eigentlich reicht es ja, wenn du irgendeinen Punita hast und irgendeinen Galoppa. Die Formen sind egal, aber das will ja perfekt sein irgendwann. Was haben wir jetzt hier? Lamos. Lasjoking dürfte ich haben. Ich könnte also zwei Phlegmon auch noch weghauen. Ich hoffe, das passt auch. Zwei Phlegmon weg. Magnetilo. Wir haben hier Magneton. Magnetzone ist an sich ganz cool und ganz stark, aber da brauchst du keine 1000. Da habe ich bestimmt eins auf 100. Dann kann die restlichen Magnetilo hier auch weghauen. Ich glaube, ich werde es irgendwann bereuen, bis ich jetzt einfach alles weg schicke. 100-100, dann Porender, 100-100 Hammer, Dodo-Dodri, dann hier Jurope haben wir Slimer und Slimebock. Das heißt, wir können vier Slimer wegschmeißen. Die brauchen wir nicht. Das Alola haben wir auch. Hier als 100, da als 100. Muschas, Austaus ist hier drin. Gengar. Wir haben sechs Stück. Wir haben hier ein Alpollo. Das heißt, wir können auch diese Gengar, ach, diese Nebulaxe, alle eigentlich weghauen. So, die, wo noch kein Favoritenstern dran ist, die werden wohl ziemlich neu sein, weil ich normalerweise immer reingehe, gebe vier Sterne ein, alle markieren, mach einen Hashtag dran, äh, mach diesen Tag dran, nicht Hashtag, mach den Tag dran und dann gucke ich auf zuletzt gefangen und du bei denen, die neu sind, immer dann noch den Favoritenstern dran. Die müssten also neu gewesen sein. Nebulag, Alpollo, Gengar-Armee am Start. Onyx kann eins weg, braucht man nicht. Traumato, wir haben hier Hypno, wir haben hier Traumato, aber eigentlich können wir da auch wieder zwei weghauen. So, wir haben Traumato normal, Traumato als Krypto, Hunderter, Hypno, Kingler dabei. Hier auch eins weg, braucht man nicht. Elektroball, auch einer weg. Wir haben also Voldoball normal und Hisui, Elektroball normal und Hisui, Owei normal, Krypto, Hunderter, Kogowai normal, gepusht, der, weg. Ist noch mit Sternen markiert. Alola, Kogowai passt, Tragosso haben wir hier, oh, Knogga. Ja, Knogga ist, Knogga ist besonders. Wir haben den auf Level 50 gepusht und wir haben den damals bekommen aus dem Raid Day, aber der hat 13,37, den musst du aufheben, den darfst du nicht pushen. Kigli ist am Start, Nocchan ist am Start, Schlurp, Smogon kann weg. Rihon, Rizeros passt, Janera, Tangela, Big Mama. Sepa, Seemon, ein Sepa, Forge, Goldini, Goldking, Stern, Dostami, Pandimos, Sichlo, Rossana, Elektek, Magma, Pisnir, Tauros. Was macht man mit dem ganzen Carbador? Wir haben hier einen Carbador, ganz groß, 100%, richtig stark. Wir haben hier aber noch mehr. Ich glaube, wir können die eigentlich, keiner braucht eine 6er Armee, Garados, ja. Wir schmeißen schweren Herzens die kleinen, süßen Carbadore einfach weg. Wir haben hier unser Mega-Schundo, wir haben unser Grundo, unser Krypto. Wir haben trotzdem irgendwie noch ein normales, was ich aber auch schon mal zu Mega entwickelt habe, das werde ich auch nicht wegschmeißen, das hebe ich auf. Labras, 100% Labras normal und 100% Labras mit Schleife. Wir brauchen XL, macht mal hier Winter, Labras-Event. Labras muss auf Level 50 kommen. Hebe wir beide auf. Ditto haben wir hier am Start. Evoli. Evoli ist auch wieder so speziell. Evoli. Wir haben hier einen 100er mit Mütze, einen 100er mit Schleife. Ein normales, ein normales, ein normales, ein normales, ein normales. Das ist auf 50. Meint ihr, es kommt irgendwann nochmal eine Evoli-Entwicklung? Wir können ja zwei aufheben, aber drei andere dafür... Ne, zwei andere. Zwei aufheben, zwei andere dafür weg. So, Aquana-Blitzer-Flamara ist am Start. Porygon kann eins weg. Amonitas kann eins weg. Kabuto. Hier, Relaxo ist gepusht auf 50. Den, den Berliner Bär haben wir beim Go-Fest bekommen im Livestream. Jetzt haben wir hier Arctos. Hey, Weberse. Das ist auch noch aus der Raid Mania. Die lassen wir mal alle fort. Dragoran am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus ein Dragoneer. Das heißt, ein Dratini kann weg. Mewtwo, beide am Start. Dann mal jetzt hier die Starter. Edivie, Feuerriegel, Kanimani. Kann auch einer weg. Der ist Max. Der ist auch Max als Krypto. Visor, Visenior. Oh, das sehe ich schon. Hut, Hut. Können schon mal zwei weg. Können nochmal welche weg. Also Hut, Hut braucht man auch nicht. Hut, Hut normal. Hut, Hut mit Partyhut. Nocto, Ladybar. Können auch drei Stück weg. Lady, Jan. Müssen wir aufheben. Eigentlich muss man immer vergleichen, dass man die zwei höchsten Level aufhebt am besten. Aber die Weiterentwicklung ist meistens eh schon gepusht. Und wenn ihr drei Weberack zum Beispiel habt, wird euch eh das mit den höchsten WP zuerst angezeigt. Also hier, das ist eh, weil es weiter hinten steht, kleiner. Weberack, Ariadus. Hier ist auch X-Bart. Hat also gepasst. Hab also keinen super zu viel weggeschmissen. Lampi kann raus. Lampi kann raus. Eins, zwei, passt. Hier sind Babys. Babys sind wichtig. Müsst ihr brüten. Pi, Fluffeluf, Togepi. Hat gepasst. Toge-Tick. Achso, ja. Das ist einmal normal und einmal mit Blume. Jetzt hätte ich das fast weggeworfen. Nardu können wir auch weghauen. Das und das gleichzeitig. Xadu, Hammer, Voldi, Lampardi, Ampharos, Blubella, Meryl, Azumaril, Mogelbaum, Quaxo. Hopspros. Hopspros auch. Kann einiges weg. Braucht man auch nicht alles. Zwei, fünf, siebener hier. Kann auch weg. Nochmal zwei, fünf, siebener. Weg. Drei, zwei, fünfer. Weg. Alles weg. Guckt euch Nick an. Trainertipps. Ne, Nick ist ja der andere. Trainertipps. Nick, Trainerklapp. Se, Trainerklapp. Oh, guck mal. Spiele-Trend ist auch da. Genau. Griffel. Sonnenkern. Weg. Sonnenkern. Janma. Zwei. Weg. Weg. So. Felino. Das, das. Dann hier auch schön. Zack, Level 50. Alle hochgepusht. Kramurx. Lasho King. Traunfugil. Traunfugil. 100 Krypto lassen wir drin. Ikognito. Ach, man braucht doch nur eins, oder? Das haben wir hier oben. Das war aus der Safari damals. Level 50. 100%, 100%. Aber ikognito ist eigentlich sehr... Heben wir mal auf, heben wir mal auf. Wohin genau? Wir haben ein Männchen, wir haben ein Weibchen. Das heißt, das hier kann weg. Girafarig hier. Tansa. Der EGG ist am Start. Squagglar. Kommt noch weiter hinten. Snubbull. 100% Shiny. Level 50. Das heißt, wir können aber drei andere Schnubbulls wegmachen. Das aufheben. Hättet ihr das eigentlich so gelassen, oder hättet ihr das entwickeln? Ich hätte es eigentlich so gelassen, weil das cool ist. Baldorfisch. Dann haben wir die zwei. Das ist wichtig, weil den brauche ich für männlich. Und den habe ich für weiblich gebraucht. Dass der Hintergrund ausgefüllt ist. Potrotz. Stiebelte, die Ursa, Schneckmark, Dings, Kaifel, Quiegel. Ich glaube, ich habe schon meine Armee zusammen. Das heißt, die Quiegel schmeißen wir auch weg. Kaifel hebt mal auf. Remorite. Botogel sind zwei. Einmal mit Kostüm, einmal ohne. Mantax, Panzer, Aeron, Hunduster, Cedra King, Fan, Vieh. Damien Blacks. Ohne, ohne, mit Kostüm. Der kann also weg. Kapo Era. Ist auf 50. Der kann also weg. Elekid, Magby. Auch am Start. Passt wunderbar. Miltang kann einmal weg. Bonsagreiku, Ente. Hier. Despot da. Wir haben Lavita, wir haben Pupita, wir haben Despot da. Einmal erlöst. Katapult steigen kann. Einmal als Grundo. Dann haben wir noch eins. Mit Stein. Dann haben wir noch eins. 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 Also das ist... Katapult, 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 Katapult. Ich habe keine mit Bisknoscher. Da bin ich aber sehr... Also eigentlich eins. Eins hätte man doch mit Bisknoscher ausstatten können, oder? Wenn wir das schon so haben. Ist das sinnvoll? Mit denen habe ich immer die Rockets gemacht. Mit denen habe ich eigentlich schon gar nichts gemacht. Aber Katapult ist halt Legacy. Musst du so lassen. Katapult, 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 Katapult. Ich glaube, ich nehme mal das Letzte. Weil das Letzte ist vielleicht... Wird gar nicht so gebraucht. Wir modeln mal eins um. Machen bei einem Bisknoscher mal drauf. Dass das halt überhaupt irgendeine Funktion hat. Weil sonst hätte man es auch austauschen können. Dann haben wir hier... Lugia lässt man. Gagabor. Seht ihr ja? Gagabor ganz viel. Die haben schon CD-Attacke. Flora-Statue passt. Gagabor können wir also auch. Haben wir viel zu viel. Gagabor kann auch einiges weg davon. Eins noch. Reptain. Flemly Pass. Sumpec. Sechster Armee. Morabell ist da. Morabbel. Hydropi. Schmeißen wir halt auch mal weg ein paar. Der Pundigama. Den muss man eigentlich aufheben. Ach komm, die haben kaum Unterschiede. Ich schmeiß den hier weg und heb den Pundigama auf. Der ist nämlich ein Andenken aus dem weltweiten Go-Fest. Gera, wo wir am Tisch gesessen haben. Pundigama getrunken und dann habe ich den bekommen. Jetzt haben wir das. Sechs mal Sumpecs. Pfiffchen. Mal so, mal Krypto. Hund. Gera Dax. Alles dabei. Waumpel besonders. Wir haben ja hier Pudox und Panikon. Wir haben Pabinella und Schalocco. Und dann reicht eigentlich, wenn man ein anderes Waumpel noch hat. Ist eh alles voll. Das heißt, die anderen können weg. So, Lothurzel. Lombrero. Ein Lothurzel kann auch fort. Samurzel passt Schwalbini. Schwalbini, Schwalbos. Dazwischen kommt nichts mehr. Das heißt, wir können zwei Schwalbini wegwerfen. Er hat nur zwei Stufen. Winguel ist drin. Fertig. Trassler. Gardevoir. Hier ist kein Kirlia. Ach, Kirlia. Hier ist kein Gladiandri. Den hier ist wieder weiter hinten, weil er ja wieder mit Sinusteinen ist. Also egal. Wir haben eins, zwei, drei, vier. Wir haben hier Kirlia. Normal, normal. Mit Mütze. Wir haben hier eins, zwei, drei. Ich glaube, wir können... Ach, wir hauen die jetzt weg. Die sind ja vielleicht eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Auf das Datum. Da wäre bestimmt ein altes dabei gewesen. Hier, das hauen wir auch weg. Auch 2019, komm, weg. Die haben wir am Start. Die haben wir am Start. Da haben wir vier. Gladiandri haben wir bestimmt auch noch was. Gehweyer. Da kann man auch zwei Stück weghauen. Braucht kein Mensch das Teil. Äh, Maske, Regen auch. Weg. Kapilz. Wummels. Ninkada. Flurmel. Familie. Weg. Krakilo. Krawums. Makuhita. 100. Normal. Das. Weg. Azuril. Schon zwei Stück gebrütet mit 100. Nehmen wir beide auf. Sehen gut aus. Nasgenet. Eneko. Eneko. Zubiris. Haben wir eins hochgepusht. Und eins ist... Ja, nehmen wir da eins für die GBL. Auf 1,5. Ich nicht. Ich nehme eh keinen Zubiris in der GBL. Also weg. Flunkhiever. Stolunior. Wir haben ein großes, fettes. Und wir haben zwei andere, die wir bestimmt noch weghauen können. So. Stolunior-Familie. Meditir. Haben wir auch mal eins weg. Meditalis. Fritzlbiz plus Lemin und Volpidilumise. Roserade. Schluck, schluck weg. Kann die Wanya do. Heido. Weil mal, sehen wir schon. Können wir auch zwei wegpacken. Eins, zwei. Kamau. Kann eins weg. Kurdelspoing. Kann eins weg. Knacklion kann eins weg. Ja, kann sein, dass er sogar ein besseres Level hatte, als das Vibra war. Tusker. Noctusker. Passt. Passt. Und Krypto. Lassen wir mal so drin. Wablu. Eins. Weg. Sengu. Zwei weg. Braucht man auch nicht. Von den meisten, wenn du immer nur das Maximum aufhebst, bist du sowieso über alle Ligen drüben. Falls du irgendwann mal irgendwas mit irgendeiner Liga hättest haben wollen, hast du dann nicht mehr. Sonnfell. Da können wir auch ein bisschen aufräumen. Da können auch einige weg. Ich sollte aufhören, überall immer Sterne dran zu machen. Das wäre viel einfacher mit dem Aussortieren. Schmerbe. Krebskorbs. Pupans. Wie heißt der? Lilieb. Anurid. Ja, dann machen wir mal eins weg. Barschwa Formio kann auch eins weg. Die anderen Formen bleiben. Schuppé. Ja. Lassen wir auch. Banetz. Wirklich. Tropius. Palim Palim. Absol. Iso. Schnäppke. Seemops. Eins. Zwei. Drei. Vier. Rest lassen wir so. Das ist auch mit Kostüm. Lassen wir mal. Hier. Das war auch so eine Wucht. Perlu und die Weiterentwicklungen. Die sind ja auch völlig random. Relikan. Lipiskus. Kindwurm. Draschel. Und Brutalander Armee. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Am Start. Sogar mit Glücks. 100% Shiny. Und nochmal Glücks. 100%. Und nochmal Glücks. 100%. Also da. Spaß gemacht mit Tauschen. Metacross sieht perfekt aus. Sechser Team. Und dann Metang Tane. So. Da kommt wieder Legendäre. Regirock. Latias. Das ja auch nicht brauchen. Bedizza kann eins weg. Scheinnox ist voll. Hier haben wir auch sechs Stück von Rosarade. Lassen wir mal so drin. Ramaydon. Das ist ein starkes Pokémon. Das ist ein starker Angreifer. Gesteinsangreifer. Lassen wir mal drin. Boldarus brauchen wir nicht. Burmi. Dreimal so. Dreimal so. Einmal so. Passt. Vadribje. 100% Hornweisel. Dann einmal Mann. Einmal Frau. Passt. Kann der also auch weg. Patschi. Rizzo. Barmelin. Bojelin. Kikgu. Gikinoso. Kann einmal weg. Schalelos. So. So. Gastrodon. So. So. Hier habt ihr jetzt das Zeug. Hier habt ihr mit und ohne Kostüm. Robert 100er. Häschen. Mein Häschen muss man jetzt mal gucken. Wir haben... Das ist mit Kostüm. Das ist ohne Kostüm. Ohne Kostüm kann fort. Dann sind die anderen bestimmt auch alle ohne Kostüm. Genau. Das heißt, ich kann eigentlich alle weghauen bis auf das oberste. Von Haspirohr. So. Jetzt haben wir also ein ohne Kostüm, ein mit Kostüm und einmal Entwicklung. Was auch mega gleich wieder ist. Gramschef. Shamjan. Können wir auch drei weghauen. Machen wir es jetzt mal so. Skundang. Bronzel. Ist es schneller, wenn man es so macht? Bronzel. Bronzong. Vonera. Plaudergei. Kaumala. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier ein Knacksel. Das heißt, wir können theoretisch zwei Kaumalaat noch wegwerfen. So. Hypopodders. Wir haben einmal Mann. Das ist ja genial. Wir haben einmal Mann und Frau. Also hier Frau. Hier Mann. Dann Krypto 100. Mann und Frau. Und dann die Weiterentwicklungen Mann und Frau. Lassen wir mal so drin. Ach so. Den haben wir auch noch. Der kann weg und der ist zwar erlöst, aber der kann auch weg. Ist ja zu viel. Reicht so, wie wir es jetzt haben. Pion Skora. Pion Draghi. Hier noch ein Hunderter So. Lass mal drin. Gli Bungel. Einmal ohne Kostüm. Einmal mit. Einmal Toxikack. Wenn du fliebst. Finion. Schneebedeck. Schneebedeck ist auch so eine Sache. Du hast hier ein weibliches, ein männliches. Man beachtet die Färbung des Bauchs. Das kann dann theoretisch weg. Weil hier ist es mir egal. Wir haben hier einfach den Fetten genommen. Der ist gerade weiblich. Da an den Haaren. Das sieht man nicht mehr so sehr. Aber Hauptsache das. Das sind die Bunner. Magneton habe ich sogar sechs Stück gehabt. Das war also gar nicht so schlimm. Rihonjo. Bei Rihonjo blickst du ja gar nicht mehr durch. Felswerfer. 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 Steinkante. 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 Felswerfer. Also mit Felswerfer ist es auf jeden Fall sehr nützlich. Zum Teil sind die auch schon alt von 2019. Ich glaube da lasse ich mal was zum Traden übrig. Tango Loss. Ele Volte. Haben wir einmal hier. Haben wir einmal da. Haben wir nochmal so. Donnershock. Icy. Den brauche ich eigentlich nicht. Ich schreibe da auch mal Trade dran. Einfach so. Mag Brand. Togekiss. Jan Mega. Foli Purva. Glaciola. Hier auch glücklich gewesen. Guck dir das an. Ach ist das nicht schön. Mammudel. Mammudelarmee. Sechs Stück. Lawine. 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 Antikraft. Das wir einmal haben. So. Porygon Z. Hier zweimal Gladiandri. Doch. Galagladi meine ich. Das Red ist. Galagladi. Steht nicht dran. Hier. Galagladi. Voluminas. Zwirffens. Frostetje. Hier der Rico. Guckt euch den Rico an. Die Yalga. Palkia. Da kommen die Legendären. Alle mit Namen. Mambalou. An die Wanderer. Hier Tixakura. Regi Polu. Polu. Giratina. Darknet. Serpifoi. Evo Serp. Serpiroyal. Die waren ja auch schon da. Das heißt. Hier können wir auch. Wegen Sea Day. Nachträglich. Ein paar weghauen von den Floings. So. Otaro. Zvodronin. Können wir auch. Können wir auch zwei Otaro weghauen. Einfach. Nagelotz. Guck mal da. Weg. Yorclef. Weg. Zwei Stück. 3-3. Felilu. Cleopada. Kann auch fort. Die Veggies. Die Veggies. Die Grillis. Die Sodis. Zwei heben wir auf. Hier können zwei weg. Machen wir es mal wieder so. Soda. Somniam. Dusselgur. Da auch wieder. Was habe ich da wieder gemacht? Dusselgur. Fasernob. Fasernob. Hier. Männlich. Das ist auch männlich. Das ist männlich. Das ist männlich. Gut. Dann bringt mir das hier nämlich nichts. Bei den Shinies habe ich glaube ich auf männlich-weiblich geachtet. Bei den 100er das nicht. Bei den 100er dann. Elezeber. Kiesling. Flecknuil. Rotomurf. Stalobor. Ist ein guter Botenangreifer. Lassen wir mal drin. Oh doch. Schalkwaben. Vibrana. Vibrana. Vatz. Können wir auch einen weghauen. Karadonis. Karapenis. Stravigel. Vollikon. Matrifol. Noch nie gehört so Zeug. Das sieht man so selten. Serapendra. Toxiped. Kann auch zweimal fort. So. Waumball. Waumball und Elfun. Was ist das? Waumball habe ich doch immer eins gehabt. Für die 500er Liga. Dachte ich. Das heißt. Wir heben das Größte auf. Das was über 500 ist. Können wir sowieso weghauen. Und wer kommt von den beiden an die 500 ran? Der geht genau auf 500. Der geht auch genau auf 500. Da müssen wir weniger pushen bei dem anderen. Wir heben mal einen Waumball so auf. Den fand ich damals irgendwie cool. Lilminip. Dresella. Barschuft. Rot und Blau am Start. Flampion. Flampion. Flampivian. Flampivian. So. Maracamba. Lithomyf. Eins kann weg. Zurukex. Eins kann weg. Obwohl das ist so hoch. Da habe ich keins, was ich für irgendeine Liga nutzen kann. Simulara. Makabaya. Echner doll. Galapaflos. Wir sehen. Galapaflos fehlt ein zweites für die Familie. Flapterix. Und Ratütox. Picochila. Chilabel. Molimorba. Hypnomorba. Mobites. Monozyto. Haben wir auch. Das kann fort. Das ist neu. Hier. Mini. Für den Minicap gewesen. Swarones. Machen wir auch eins weg. Die Eistüten. Gelatini voll. Sesokits. Bei Sesokits blicke ich eh nicht durch. Wir haben das, was zu dem wird. Das heißt, das hier kann weg. Wir haben das, was zu dem wird. Das heißt Gurke. Und keiner weiß warum. Wir haben das, was zu dem wird. Das heißt, mir fehlt eigentlich von dem, von der Herbstform noch das davor. Wann kriegt man denn die Herbstform wieder? Emolga. Warum habe ich so viele Emolga als Hunder da? Wir schmeißen mal alle weg. Bis auf eins. Ansonsten macht man damit ja eh nix. Laukab, Skalavansas, Tarnwicklung, Hutsasa. Ein Hutsasa weg, weil es erlöst ist. Quabbel, Aquokalyp. Mammolita. Aboqualyp meine ich. Wazapf. Kastatur. Klick. Für Klick, Klick. Uh. Klick fehlt noch eins für die Hunderterfamilie. Aber das nur so nebenbei. Zappladin. Voll. Pückraulon. Voll. Lichtl. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Theoretisch. Eins könnte man so lassen. Eins zu Lactaneko und dann fehlt noch eins zu Lactanecto und dann fehlt noch eins zu Skilabra. Aber kann ja sein, dass das jetzt bald ein Seaday bekommt und dann entwickelbar ist. Milzerfamilie müssen wir mal noch machen. Wenn wir Milzer maxen. Petzny fahren wir einmal normal und einmal mit Schleife. Frigometri. Schnuthelm ist hier am Start. Flunschlikfamilie. Golbit. Bisophang, Geronimatz. Vachagwil. Von Nifras. Vermikula. Trigefalo-Armee. Kobalium. Matze. Kobalium. Terrakium. Ja, hier die Legendären wieder. Regiram, Sekrom, Demeteros. Borios. Voldolos. Genesekt. Auch am Start. Igamaro. Die haben ja noch kein Seaday gehabt. Da würde es sich lohnen, nochmal eins aufzuheben. Da kannst du nämlich dann das höchste durchentwickeln. Hast die Seaday-Attacke. Und kannst dieses hier, was du irgendwann auf Level 50 gepusht hast, einfach wegschmeißen. Das ist mein Gedankengang. Das gleiche haben wir bei Fünks auch. Das gleiche haben wir auch bei... Bei Quajutsu werfen wir also hier einen Froxy weg. So, das sind die wenigstens gleich. Skobble-Armee. Datiri-Familie meine ich, nicht Armee. Dann haben wir hier auch... Pyroleo männlich-weiblich. Das heißt, hier können wir einen Läufe hier auch wieder wegpacken. Flabebe gibt es bestimmt noch irgendwas. Flabebe. Was hat man damit gemacht? Du hast das. Die zweite Form habe ich gar nicht. Aber Florges habe ich komplett. Das ist ja rot, gelb, orange, blau, weiß. Puh, da fehlen alle mittleren. Hätte man wenigstens mittleres rotes noch, dann wäre einmal da die Familie voll. Also da ist auch noch was zu tun. Der war auch cool. Pampa mal gebrüdet, Hunderter hochgezogen. Koeff, Waff. Alle Formen in 100. Eine hier doppelt, falls man nochmal was anderes hat zum Entwickeln. Okay, Pavi, Pavi, Ness, Flauschling, Sabayon, Iskala haben wir einmal. Das andere können wir auch weghauen. Vitora, Algitz, Gampisto, Iguana. Jetzt geht doch nicht aus, du komisches Spiel. Jetzt war ich beim T-Rex angekommen. Jetzt muss ich mich wieder ordentlich hinsetzen. Balgoras. Balgoras, 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 Balgoras. Wieder vier Sterne und wieder runterscrollen und wieder gucken. So. Äh. Schaub. Vier. Sterne schnell mal runter. Wo auch immer wir waren. Ich hab's im Urin. Ja, wir waren schon ziemlich weit. Sind ja auch nur tausend. Ist man ja schnell durch. So, hier, hier. Hier, pass auf. Hier, gleich. Jetzt kommt's gleich hier. Wir waren beim Dinosaurier. Wir wollten einen Balgoras raushauen. Amarino, Felinara, Deden, Viscora, Volklavion, Paragoni, Iobis. Arctip, FMU, Haft, Nier, Vodka, Hondas, Taubsee, Tal. Dann haben wir hier die Eulenbrille, die wir so nennen sollten, aber Bautz hatte. Die haben auch noch kein Z-Day gehabt. Lassen wir also mal ein zweites übrig. Können wir hier aber trotzdem bei Ropal eins noch wegschicken, dass wir zwei haben. Einmal zum Durchentwickeln. Pepec kann auch eins weg. Magunior. Weiß nicht, was damit ist. Kann eigentlich auch jeweils eins weg. Einmal so, einmal so. Mabula, Agub, Donarion, Coriogel kann eins weg. Coriogel, alle vier. Aragwa, Anesto, Imantis kann auch eins weg. Das sind so Pokémon, wo man gar nicht mehr dran denkt, dass sie überhaupt im Spiel sind. Veloursie. Du bist ja klein und süß, aber dich tue ich jetzt auch mal weg. Weil es reicht, wenn wir ein Veloursie haben und ein Kostur. So, wo wir hier einen 100% Shiny haben. Aus Versehen angetippt und gekommen. Nicht gezielt gesucht. Kommandutan, hier Reislaus, Tektas. Miniras, Grandiras. Da fehlt also dazwischen noch eins. Melmetal, okay. Raffel, Schlaraffel, Wollizwollok, Barrikadax, Lauchzelot, Legios, Sackjan. Wenn Summer Center irgendwann mal als Shiny da ist, würde ich dann natürlich auch ein Hunderterhand machen. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt. Ich war bei 6.140. Bin jetzt bei 5.946. Theoretisch könnte man dieses ganze Aufräumen nochmal machen mit Shinies, dass man reingeht und wirft Shinies weg, wenn man von bestimmten Pokémon einfach zu viele hat. Vielleicht tue ich da auch nochmal was vorbereiten, weil von manchen hat man halt wirklich zu viel. Ich sage immer, 6 Shinies pro Typ kann man ja aufheben. Ansonsten, ja, sollte man es vielleicht nicht übertreiben, weil keiner braucht 50 Mal das gleiche Shiny. Sagen wir es mal so. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr einen Herzinfarkt bekommen oder nicht? Welche Pokémon von denen, die ich weggeschmissen habe, hättet ihr an meiner Stelle behalten, weil man die trotzdem noch irgendwie braucht oder die noch nützlich gewesen sind? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz. Dann gucken wir mal an, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und Grüne an. The Trainer Club. You are the greatest. Den habe ich doch beim Go-Fast gesehen und wusste nicht, dass er er ist, weil ich ja nichts anderes gucke. Ich laufe da rum. Die sitzen da an dem Tisch, packen da aus. Ich drehe mich um, film kurz drauf. Die drehen sich rum. Ey, ja nicht. Jo, weitermachen, Jungs. Wusstet ihr denn nicht, dass das keine Deutschen sind? Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.